Fragte man Oma, was das Geheimnis ihrer Frikadellen sei, zuckte sie nur mit den Schultern. Die mach ich einfach so wie immer. Machte mal eine auf Vegetarier, sagte Oma nur... Dann mach ich einfach Hühnchen. Arschlängere Sieg in 2,50. So ist es. Gegessen, werd am Tisch. Mano. Natürlich ist es schockierend, sich vorzustellen, wie 16- oder 17-jährige Jungspunde sich schon in der ersten großen Pause einen halben Liter Pilz einverleiben. Aber wie sagte Sigi gern? Was der Mensch braucht, das muss er haben. Willkommen in einer Zeit, in der wir Musik noch analog gestreamt haben. Als unsere Klamotten das erste Mal in waren. Unsere Gruppen-Chats offline. Als wir Likes noch persönlich gaben. Und sich keiner um Kommentare scherte.